Und da, geben Sie mir bitte eine Karte, ganz hinten, ja? Zwölfter Reihe. Dankeschön. Bitteschön. Eine Karte. Und für wann denn? Für diese Vorstellung jetzt. Wo wollen Sie denn da sitzen? Vorne, hinten? Ganz egal. Also Sperrsitz. Ja, Sperrsitz, sehr gut. Ist gut. Ich mach's dann vier Mal. Moment, das ist nicht der richtige Weg. Was? Das Kino ist unten. Wo? Das ist nicht der richtige Weg. Wo ist denn das Kino? Unten. Oh, say, give me a bill, will you? Wie bitte? Ich möchte einen Whisky, bitte. Was kostet der? Drei Mark. Joe, du bist unter Arrest. Schon möglich. Son of a bitch, John Wayne. Jetzt können Sie Ihre Arbeit machen. For Christ's sake, Dean Martin. Get him, Duke. Brauchen Sie noch jemand außer Joe? Hi, 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 hi. Nein. Joe Badet ist das nicht wert, dass ehrliche Männer ihr Leben riskieren. Was werden Sie tun? Sie haben nur das alte Humpelbein im Gefängnis und diesen... Borat Sean ist der Name, Mr. Wheeler. Ich glaube, ich kann jetzt einen vertragen, Charlie. Das hab ich mir gleich gedacht. Wenn du den Revolver willst, heb ihn auf. Ah, ja. Ich warte nur drauf. Er ist in eine Pfütze getreten. Das ist der Kerl, den wir suchen. Ah, ich glaube, das gehört ihm. Das ist der Kerl, den wir suchen.